Hallo und Willkommen. Heute spiele ich hier mal Ash mit meinem anderen Account. Der ist erst Level 5, aber müsst euch nicht stören. Okay, gut. Alle sind deutsch? Ja. Also, wir müssten gegen leichte Gegner ja machen. Hier Free Week, Yawan, Akali Free Week. Die anderen kosten ja noch 450, sind aber trotzdem gut, alle Champions sind gut. Ja. Hier sind momentan noch keine. Ich habe mir hier auch schöne Roden gekauft. Na ja, kann erst 5 Ruhen tragen, weil ich bin ja erst der 5. Eine Glühve, 2 Zeichen und 2 Siege. Zeige ich euch mal. Kritische Chance, ja 100, aber eigentlich habe ich auch ein bisschen kritische Chance wegen den Ruhen. Und Adi natürlich auch noch. Ja. Okay, wir sind keine Primates. Und? Go. Müsste First Blood für uns werden. Okay, wir werden schon die Chance haben, für's Platz zu machen. Ja, easy kill. Hoffentlich. Ja, erstes Blut. Oder für's Blatt. Good Job. Nicht wundern, ich habe ja erst Geist und halt Manaheim, Klarheit, weil ich halt noch nicht das Level bin. Trotzdem würde ich euch hier mal zeigen. Ja. Okay, jetzt gehe ich mal back. Wegen den gegnerischen Minions. Steht er dort? Ah, okay, ne. Steht nicht mal auf kaum. Okay, als erstes kaufe ich mir hier mal einen Start. Ne. Als erstes kaufe ich mir hier eine Blutdosser, dann einen Statikstich wegen Krit. Blutdosser wegen, ähm, Lifesteal und AD, also Attack Speed, ähm, Attack Damage meine ich. A heißt Attack und D, Damage. Bei A, P, A heißt Ability Power. A, Ability und P, Power. Also Fähigkeitsstärk. Okay, ja. Ich werde hier jetzt auch öfter mal mit meinen anderen Accounts hier spielen, weil ich die halt auch hochspielen will. Da möchte. Da möchte. Also Fähigkeitsstärk. Und dann ist es auch ein bisschen. Okay, ja. Also Fähigkeitsstärk. okay er spielt schon recht gut akali ja aber etwas offensiv jetzt gehe ich mal meine kuh damit massagiert bei der ulti dann nicht so schnell rennt die w ist auch wichtig dann kann man kann ich hier der mit schreien hauen ich habe ja noch kleid jetzt hier klein heilig um mana die haben ja ein minion drin stehenden kostenlosen glaube ich mal naja okay naja okay dann täglich die minions das mit farm ist mit dem leben nicht wichtig hier seht schon die haben auch die gegner haben auch nicht viel form also hier attack die nur die champions meistens ich bin jetzt tot wenn er kann ich nicht hilft komm akali akali ja gut job ha nicer tower dive gut da glaubt tot den dieser umhang gibt kritisch treffer ich kochen schon mal kritisch treffer einer prozent wegen der passiven grad die jetzt pushen aber gleich kommt master g glaube ich mal ja ich habe ja noch die kuren ich habe ja noch die kuren dem in den hole ich mir wo die sind schon level 6 weil ich wahrscheinlich war obwohl er eigentlich auch tut war jetzt bin ich auch level 6 falls er jetzt kommt kommen ja locken 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 gut ja k3 00 passt schon qualifte ich komme ich gehe gleich back beim massagieren gleich wieder das und wie bekomme ich ja mal die kürze aber okay kommt aus der die langsam also gehe ich mal weg jetzt kommt mir ein teil von dem blutdürster kommen wir zur bot lane drei minuten cool sohn hat das dann weil ich hießen nutzen mal wieder okay und die bleibt stehen bleibt stehen bleibt stehen go good job es okay hier 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 habt ihr jetzt schon fast 40 waren kostenlos wort könnte ich auch mal wieder mich eigentlich dies match glaube ich mal noch nicht gemacht ok awan ist da trotzdem ich könnte ulti machen komm schon komm schon ok good job da müssten die es hier eigentlich easy schaffen die top lane pusht schon hart wir pushen ja auch hart ja pushen nicht so aber farm kill echt anlegen ich glaube dass er inzwischen schon gemerkt hat nur ich habe wird das Prozent ich halte ihn locker schaffen würden ok ja schaffen wir easy gut job dies war schneller geworden ist macht sich übrigens die ulti ok jetzt mal pushen unter 1000 wenn wir locker ja unter 500 auch ja der so gut wie dauernd und warum SOB Nunu wir wollten eigentlich einen Ranking Team machen mit Shadow of Business und dann die Abkürzung SOB da wollte ich halt nur Nunu äh main aber die Abkürzung SOB gab es schon aber trotzdem ist es gut ich will ihm ein bisschen helfen ich will nicht kein Essen auch einfach einfach nur auto-attachs k ich hoffe dass nicht mal alle auf die botten kommen gegen er nicht noch gar nicht gefeiert sind und gegen akali glaube ich auch noch nicht in dem match hier unter 1000 auch wieder easy 500 waren er den schaffen wir hundertprozentig kommt schon mit drauf kommt drauf geht dann nicht aber trotzdem gut job die slow life die slow life vielleicht kommt sie ja gleich wieder ok 3000 gold ist schon mal nice jetzt in power noch dann machen unter 2000 ok anny kommt auch mal ich bin drei level wird sie ist ja geil jetzt hier das ist gar nicht so stark hilfe komm her akali 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 dauer macht jetzt nicht ok um ich könnte eigentlich auch noch damit gehen helfen aber nie lieber wird kurschen wo drei ok enny die sieht auch irgendwie so low aus wie man sich die sind erst level er sind schon der wird zwölf ja auch sie wie auch akali level okay ich werde jetzt verrecken aber trotz alledem versuchte ihn mal zu kriegen ok passt jetzt gehe ich mal weg ich habe jetzt circa 4000 den würden wir sie schaffen kommt schon komme drauf ok ja schade mhm sorry terminiert erster tod aber 4.240 gold ist auch schon sehr nice statik stich hundertprozentig klingel der unendlichkeit erst mal wegen krit und dann noch mal krit dann mach ich hundertprozentig krit passive krit höh jetzt ist ja zweimal ok kann ich den irgendwie einmal ausmachen keine ahnung das erst mal so drinnen mit ist gleich mitte jungen ich komme schon mal an bei japan akali easy schafft ihr schafft ihr hundertprozentig ich wollte jetzt nicht können essen sorry egal ok ok und die muss ich jetzt nicht machen aber ok was safe was safe war hat er verliebt sich nicht glaube ich aber egal ist ja sowas wie ein bot game hier alle sind legendär easy penta eigentlich ok wir haben ja jetzt eigentlich schon so gut wie wir gewonnen komm schon nein ist das war jetzt ein fail von mir aber trotzdem haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen was sie geschrieben haben okay für angriffstempo damit wir den tor jetzt schneller machen können kommt schon schaffst du nicht okay doch weigern muss nur dass dieses gefängnis schaffst du gut ich komme jetzt kuschel vielleicht ja ich wusste top lane wir könnten bärben machen bärben bärben irgendwie glaube ich dass das wort den gern noch nicht genutzt habe garen so anfang okay gut ja ist schon recht ziemlich gut eigentlich ganz gut kieler ich muss dann akali oh mein Gott oh nein okay, good job würde ich den schaffen? vielleicht oh, ja aber nein okay, ja, good job ich hab's alleine gemacht, aber Hilfe ah danke okay, jetzt kauf ich mir mal hier einfach hab's mal noch nicht volles Leben, okay, jetzt aber ja Achtung, die Botlane pusht, ja und aber trotzdem der schafft es kaum gegen Super Minions okay, ich komme jetzt geh nicht back, mach weiter, bitte verzerrt, weitermacht hab ich ihn ja, nein bitte macht wenigsten die kleinen Minion hab gefallen daran die sollen warten okay, ja, wer hat er gemacht? ich dachte schon okay, ggwp, das war wieder eine kleine Runde von eurem Perspektive ja dann tschüss dann ich sage es ja, ich sage es Vielen Dank.